Heute ist wieder Art for All und ich freue mich auf die Ausstellung Hallo World und auch auf die Performance von Adachi Tomomi. Es ist ein tolles Museum und ein Ausstellungsort für contemporary Art. Ich finde es eine interessante Inszenierung und auch die Installation. Es wird so durchlässig, so dass es hier wie ein Fenster ist und so ist es nicht so ganz getrennt zwischen westlichem und östlichem. Das ist ein Werk aus unserer Sammlung und da ist ja dann auf der Wand hinten das Werk Konstruktion von Tomoyoshi Murayama und das zeugt wirklich auch von so einem internationalen Gedanken und Austausch. Nice to meet you, it was very great great performance. I'm happy to hear it. Yeah, I'm also very happy to meet you. There's an element of doll and also dance and it's this the first time that's working with a doll. Actually this is the first time to work with doll. I'm using a lot of materials and still I think it is quite I was influenced by Mabo to use many kind. You can use everything. The title is Mabotech Part 4. It means there are three other three R's. Yes. As I said I called this series Mabotech. The European don't know there was Dadaism, Constructivism movement in 1920s in Japan. No, it's true. Even me myself. Yes, it was very good for me, this exhibition to see and I must unbedingt nochmal kommen. Was sehr inspirierend.